3 mal Platin-Scheibplatten zu bekommen, 6 goldene Scheibplatten und 5 mal, ich glaube er eignet die Spau-Shows bei ZDF und ARD, er ist Buchautor und er war auch Schauspieler auf dem Traumschiff, eine herrliche Geschichte, er ist ein Allround-Superstar und das im deutschen Show-Beschiff, begrüßen Sie mit einem sehr warmen und herzlichen Applaus, Patrick Lindner Danke dir, vielen Dank, danke schön. Hallo Gästen! Hey! Ich bin ohne Plan durch die Zeit gefahren, doch wohin? Hat mich gut verschanzt, ganz allein getanzt, träumte kaum eine Traum. Doch dann kamst du, hast mich erwischt aus dem Nichts, so wie ein Bote des Lichts, hast du das Feuer entzündet. Dann kamst du, du hast mich glücklich gemacht, Liebe macht Feuer wie ein Tag, doch dann kamst du. Dieses Licht zu zweit, hab ich ja nur gezeigt und erscheint. Das Licht, dachte mir, wer liebt, sich nem anderen geht, den verlässt. Das Licht, hat mich arrangiert, dass nichts mehr passiert, war okay, tat's auch nicht. Doch dann kamst du, hast mich erwischt aus dem Nichts, so wie ein Bote des Lichts, hast du das Feuer entzündet. Doch dann kamst du, du hast mich glücklich gemacht, Liebe macht Feuer wie ein Tag, doch dann kamst du. Liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute hier auf der Mareritenhöhe sein darf. Aber das Allerschönste ist, dass ihr alle hier seid. Vielen herzlichen Dank dafür, herzlich willkommen, Herr Weißen! Vielen herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier auf der Mareritenhöhe sein darf. Dann kamst du, dann kamst du.